so sind wir wieder da na und jetzt geht es auf die zombie meile so wie ich will schnell einstieg ich will bei dem 47er rein beitreten ich muss kurz nur tür zu machen hier privatsphäre zu offen die feierkotze ich habe gerade privat gemacht gehen dazu nur freunde das ist immer so schon gewesen ja das ist normal krass schnitts falsch ich dachte war traurig die satz in der tag hier wieder nur eins der war zuletzt ist doch gelaufen stimmt wegen neue season oder so wird er wieder zurückgesetzt worden ja 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 auch noch eine neue die sind relativ neu jetzt glaube ich ja aber die haben das ist dann nicht so lange bin ich zurück wieso bin ich zurückgesetzt weil ich werde immer zurück jetzt ist so leise spiel ich muss nur banglacken wollte ich mal die kampagne oder so stimmt bei koos ich hab die auch noch nicht gezogen ich hab die noch gar nicht angefangen ich auch noch nicht so wirklich so lasst uns verzocken wie immer ja mein team hat das dort erreicht bitte bestätigt oder oder wir willkommen in vietnam hoffentlich fließt feuer durch eure adern das werden sie heute brauchen Was ist das? Ich werde die Sicherheitsübertragungen beobachten. Dann los! Wo sind sie dann? Hallo? Hallo? Keine Zombe-Lienchens da. Ladehemmung oder was? Bist du verhemmt? Hey, meine Punkte hier kassieren, das geht ja gar nicht. Ich schieße dir in den Köpfchen. Dafür musst du mich retten wieder, das weißt du doch, ne? Zu leid. Na, vielleicht ist immer schlecht. Was heißt das? Mach dir nicht die Tore zu, das ist langweilig, dann haben wir nichts zu tun. Naja, ich mach schon auf, sonst wird das hier nur nix. Kann ich mir doch nicht mal eine Knarre für unterwegs kaufen. Ich geh mit dem Kumpelblaser jetzt auf Jagd. Ja. Ja. Ich sollte mal nicht erascht sein, sie zu sehen. Maxis arbeitet mit Requiem zusammen. Das liegt nach. Wie wäre es mit einem Hack? Ich brauche Energie. Besorgen sie mir welche und sie bekommt den Spionen. Eine Hand wäscht die andere. Oh. Oh. Ist das drüben, oder was? Nee, Dings wurde ausgelöst. Oh, das ist echt gut gemacht. Ja, weil wir waren auf der anderen Seite. Pause. Oh, cool. Level 47. 142. Das höre ich auf. Naja. Normalerweise fangst du von vorne wieder an. Ja, genau. Was meinen wir mit kritischen Abschüssen? Ja, auf dem Kopf treffen und so. Achso. Was meinen wir mit kritischen Abschüssen? Achso. Was? Was? Was meinen wir mit kritischen Abschüssen? Wir schliften nur all die depthischen Abschüssen? clips ab. Ich rückwärts einem. Das ist natürlich her. Es gibt den Griffig, kann man von unten halten. Ja, mal 100 bis runter. Mehr! Ich will mehr! Ich will mehr! Ich kann doch nicht punchen mit 2,6. Ach nee, das ist ja Pumpeblase. Schnell gegen eine Pumpeblase. Ich hab da schon geprüft. Ich habe gesagt, es sind schon ganz schön viele Zauber, die ich ja gar nicht trauen. So, wie dann nach einem Patch irgendwie geht. Das muss man auch immer. Ziel beseitigt! Ich brauche Munition. Gibt es hier irgendwo Muni? Mach ich mal das erste Zauber. Ich gehe mal punchen. Der geht nicht. Ich kann nicht. Ja, alles klar. Ja, mach. Ja. Ja. Ich brauche eine Munitionskiste. Warte. F. Ach der Idiot schon, oder? Alleine will ich dich nicht. Ich hab Freunde mitgebracht. Du hast Freunde mitgebracht? Achtung! 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 remember! Achtung! Achtung! Aber sen, jetzt würde ich dich mal gröffnen. No, big man krять! dann machen wir mal rüber geht da ist doch kein strom drauf scheiße da will man den deckel in hier den herrn 47 und wird erschossen hilfe danke 47er ach scheiße ich bin auch ich bin plötzlich auch flach ich wollte gerade zu dir jungs ihr müsst uns retten scheiße ich habe aber kraft stein bin ich wo ist unser retter wo sind unsere retter die lassen uns liegen die stimmel sind wir teilen seiten hier ich bin tot und wir sind jetzt jetzt Er ist aktiv, aber ich zähle drei Reaktoren. Wir sind hier jetzt, dass Mathe nicht zu ihm stärken zählt. Aber Kapsstein will ich mal bitte, hat er ins Leben gerettet. Und das alleine. Ich bin noch zehn Tage, jetzt habe ich noch neun Tage. Keine Ahnung. Ich bin wieder da, er ist wieder da. Ja gut, ich bleib hier. Ich bleibe wieder. Ich bin wieder da. Ich bin wieder da. Oh oh oh, oh oh. Oh, oh oh. Oh, oh oh. Oh meine, ich bin auf der anderen Seite. Da wollte ich punchen, oder? Mach's doch mal nicht wiederum. Hey, den anderen Ätheranmacher. Aber Gott sei Dank hab ich nichts gemacht. Hilfe! Ich komm nicht weg, verdammte Scheiße! Wenn ihr raus wollt, grabt du ein, ist in Bereitschaft. Wenn wir die raus wollen, sind wir gerade erst drin? Ist auch schon fertig. So, ich kann punchen. Wollen wir jetzt rüber kurz? Ja, wir machen schon rüber. Okay. Ich komm nicht gleich. Naja, wo der Darkie ist. Na, ich seh euch gerade. Ich muss mich mal dahin kämpfen. Das Darkie-Line ist auch da, ja? Ja? Das sind der Arme. Ich bin der Arme. Ich bin der Arme. Scheiße. Ich komme. Bist du echt heftig dran? Und meine Scheiße. Ja, die sind in Stärke gemacht worden. Irgendwie hab ich das Gefühl. Ja. So, wo ist unser... Die Strom-bewurf bei der Kaffe-Maschinen in meiner Position aktiviert. O Cannon! Ihr verk legally immer, wenn es nicht direkt abdribfeniert ist. Ich verstehe mich... Oh, scheiße! Ich lieg auch! Ich kann nichts machen! Hilf mir! Hilfe! Hilfe me Back! Los, euch was kommen wieder hier! Wir nehmen mal alles. Lass uns gleich wieder Wasser came hier,achten wir mal,... Alles denn, was denn? So stark gemacht. Danke. Ich bin schon wieder hin. Ich muss die mir selber helfen. Jo, raus, raus. Wie blöd ich mich denn, ey? Ach, scheiße. Panschen, Männer, wir müssen panschen. Ja, ich komme nicht weg. Ich auch, ich bin tot. Ich lieg beim 47, hab ich daneben gelegt. Warten, wieso sie sich noch stärker machen? Also, schwieriger. Also, ich hab da nicht umgeschwärter. Ja, das liegt ja in den Patches, wo die manchmal klopfen haben. Ich bin Zuschauer. Vielleicht haben die Leute sich verschwärter. Ah, ihr seid drüben, deswegen ist hier keiner zum Lebensretten. Nee, wir haben ein paar Anstreben. Das glaub ich mal, wenn ich das nicht verschwärter bin. Ja, da sollten wir auch jetzt nur noch zu zweit drüber gehen, sonst ist hier gleich einer wieder tot. Gut. So. Wir gehen nicht nach oben. Ja, wo bist du? Ja, ich bin hinter dir. Ach da. Warte auf mich. Komm her. Ja. Ein paar Schmellerinnen hab ich nicht. Warum sagt es mir denn keiner? Komm mal, da ist der Fies. Ja. Da wundert euch hier so ein Klang Eier. Pass auf, du kriegst Besuch. Hilfe. Hast du schon gepuncht oder noch nicht? Ja. Ja, die haben wir. Scheiße. Oh nein. Fuck. Oh ja, wir sind beide hin. Drüben. Ihr müsst. Noch nicht mal zu zweit geschafft hier. Nein. Wir haben... Du, du, du... Vergess es nicht. Nee, vergess es nicht. Erzähl. Du, stell dich genau dahin, wo ich stehe. Und das ist halt ein Fehler. Ja, ich bin ja weggegangen. Ja, ich... Da kam noch der Dicke da. Ich bin der Zweite. So, ich bin ein bisschen hier. Alter, das ist ja richtig übel hier. Oh nein, ich liege schon wieder. Die Eier Eier mit ihren Feuerpäten. Das stimmt. Ja, ich liege auch schon wieder. Ich liege auch. Und das mit 12.000. Aber wir müssen dringend spunschen hier. Wenn man jetzt... Wiederbelebungsteam, bitte. Ja, ich glaube, so langsam gehen uns die Lichter aus. Das wird knapp 21, 22, Ende gelände. Aus die Baune. Ach, scheiße. Ja, kannst du nicht so machen. Verpiss dich da bloß wieder ganz schnell. Ja, ich glaube, echt. Hau ab, hau ab, hau ab, hau ab. Bring deinen Arsch in Sicherheit ins Grüne. Obwohl der Grün da drüben ist auch nicht besser, ne? Ich bin wieder da. So, 47 auch schon wieder da? So, wäre schön, wenn wir jetzt alle vier rüber gehen. Dann können wir panschen und ihr deckt uns den Popo. Ist das okay? Genau. Ja, ich bin schon drüben. Ja, ich komme jetzt, bin der Letzte. Irgendwie immer das Letzte. Und hier gleich runde an der Brücke, Seite, ja. Zack, ich bin schon unten. So. So, ab dafür. Wieder rüber. Ab hier. Ja. Die sind ja überall. Ich bin auch da und ey, das ist sauschwer geworden. Ey, ich hau da ein ganzes Magazin rein. Los, jetzt holt ihr ihn. Einer muss ihn zurückholen. Ja, ich bin auch da und das ist scheiße von hinten, ey. So eine Kacke aber auch, ey. Alter, los jetzt nochmal. Noch ein zweiter Versuch. Was ist denn das? Los. Ich bin mit der Waffe nicht mehr. Ab, weg hier, ey. Weg, 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 weg. Los, weg, weg, weg. Das ist ja monster-technisch hier, ey. Ich gucke mal, das ist meine zweite Kanone. Seid ihr drüben? Ja, ich bin drüben. Die will ich nicht. Ich bin schon wieder down, ey. Ja, ich komme, ich komme. Scheiße. Los, zackig und jetzt ab. Ja, gerne, 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 gerne. Ich bin jetzt drüben, oder was? Ja, und ich bin auch schon wieder down, ey. Danke. Ja, ich bin auch down, ey. Scheiße, ey, das ist ja übel. Master, mein, du bist die letzte Rettung hier. Master, mein, du bist die letzte Rettung hier. Ja, ja, ich muss nur mal noch umgedrehen. Ich habe gerade gepunkt, beide Waffen. Es wird knapp. Oh, danke. Jetzt aber ich nicht, ich nicht, Hilfe, 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 meine Knarre ist weg. Ach, ich bin schon wieder da. Oh, na, scheiße. Ich bin tot. Äh, das war noch nie so schwer wie jetzt. Oh, ich habe keine Muni. Nein, der geht mal. Ach, Heftchen. Mach jetzt das Gimmel auf der Flucht. Ich bin da nicht ganz, ich bin da nicht ganz. Das war noch nie so schlimm, ey. Ohne Witz. Mach denen ja immer weniger Spaß, umso schwieriger es wird. Wir machen kein Firebase mehr. Feuerkotz ist alles gestoppt. Wir sind tot. Und die 13, wir haben die 13 geschafft. Die Unglückszahl. Lasst uns wieder Aufbruch machen. Es gibt ja noch was anderes da. Ja, äh, ist noch die andere da in der Stadt, die ist auch nicht schlecht. Nee, das meine ich nicht. Das ist neu oder nicht. Das ist was Neues. Ja, ja. Ich weiß aber nicht, ob das jetzt da auch funktioniert. Probier es mal aus. Ansturm, mysteriösere, äh. Ja, aber hier ist Aufgepusht 2. Keine Zeit zum Aufpuschen. Er hat aufgepusht, töte einen Zombie, um seinen Aufpusch-Timer zu starten. Ja, das heißt, ohne Zombie töten bist du sofort tot. Ja, genau. Oh, irgendwie sowas. Alter, denk ich. Bei der Base oder? Dann mach's mal die Maschine. Oh, die ist ja genauso übel. Maschine, ne. Die Maschine ist übel. Also, du könntest abstimmen. Ja, mir. Und, ja. Ich nimm die Maschine. Auf Feuerkotze hab ich keinen Bock mehr. Ich nimm die Maschine. Ich nimm die Maschine. Ja, ach du Scheiße. Ja, stimmt. Und ich auch so rein. Ja. Ich halte dir, sagen wir mal, etwas anders im Kopf. Also, wenn man keine Waffen stimmt. Ach, das hab ich ja auch. Ach, der Müll ist. Ich kann's gleich wieder rausgehen, ey. Ne. Hab ich keine Böcke drauf, ey. Letzte Runde, Leute. Da fängst du ein Messer an. Ja, das will ich jetzt nicht. Nee, ich will, verkehrst du. Da fängst du gut an. Hm, mit nix. Und was sind die Fäuste in der Hand? Auf Knotch. Auf Knotch. Auf Knotch. Ich bin gleich tot. Ich bin gleich tot. Wieso krieg ich keine Knarre? Das ist die Mara 83. Haben wir einen anderen dabei? Warum? Ich frag nur, was meinst du mit Mara 83? So heißt das Gewehrbusch hier. Du hast auch eine gepanschte Waffe bekommen bei Zufall. Ja, ich bin down. Ich bin schon down. Ich auch. Ich kann doch gar nicht wiederbeleben. Ich hab ja noch sowas hier. Boah. Geil. Oh, sehr schön. So, wieder da. Aber nur mit Messer. Das ist nix. Bleib mal eingefroren. Ach, Alter. Voll nicht schlecht. Hier kann man Waffe kaufen. Ja. Ja. So eine Zufallswaffe ist das glaube ich. Ja. So. 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 Die Punkte fällt. Ach so. Ich brauche mich nicht dazu, mir eine Waffe zu nehmen. Jetzt nehme ich mir eine Kanone und was ist? Bin tot. Mach ich nicht. Komisch. Ich habe den Offizier gemacht. Ich habe den Scheiß, nein. Das ist natürlich Kack-Waffe, oder? Na gut. Ah, besser, besser. Ah, da läuft ich schon. Ich brauche mal, wenn ich noch eine Waffe habe. Ah, ich blöcke mich immer. Ich habe immer noch keine Waffe. Ich habe den Weg nach oben freigemacht. Ah, jetzt. Okay, jetzt habe ich einen. Jetzt habe ich einen. Oh, ich bin runtergefallen. Oh, oh. Oh, ich bin runtergefallen. Oh, oh. Oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh. Oh, oh. Oh, oh. Das war's für heute. Ich bin der Mann. Ich hab einen Settel in die Luft gebringt. Ach so, Scheiß. Ja, ja. Ich hab gleich mal eine Granate auf die Harte. Danke. Wie seid ihr denn, oben oder was? In der Orten, in dem Gebäude drinnen. Ich könnte, ja, hegt man doch mal ein. Ich brauche endlich mal eine Kanone, verdammte Scheiße. Ja, warum geht der nicht hoch? Ja, ich will ja Getränke und so kaufen. Ja, Getränke hilft mir, ich brauche erstmal nur eine Waffe. Ja, gut, simpel. Du brauchst Getränke zum schneller rennen und so. Das soll ich nur nicht Fehler machen. Granate schmeißen und direkt dabei stellen. Ja, jetzt bin ich tot. Links, äh, rechts. Da, da am Automat. Ja. Ja, da. Ja, da. Achtung, aber bei dir ist... Das ist Steigerungssundheit. Ja, ich weiß, ne. Zwei, meine zwei, die sind wieder da. Ja, das wird denn jetzt. So, ich denke, das geht von mir ab. Da bin ich immer. Ja, Panchen. Oh, ich darf nicht. Sportringe. Ja. Ich will wieder hin. Ohne Waffe keine Chance, richtig. Weg mit der Marsch. Was hast du doch da? Ich hab grad die Dings, die... Guck mal an dem... Ich weiß nicht, ob du das aufbekommst. Da müsstest du, äh, die Dings bekommen. Meinst du nicht jetzt, oder? Ja, sie sagt die. Ah, holst, die kriegst du nur durch. Ich hab schon festgestellt. Ah, okay. Das ist die Scheiße. Oh, scheiße. Meine Güte, da waren die viel zu viele davon. Und die Kollegen. Ach so, Leute, ich bin raus. Mir reicht's heute. Das ist ja das Gemetze, das macht ja keinen Spaß mehr. Wat ist los? Ich fand das jetzt sehr, sehr amusant. Aber du wirst ja irgendwie noch mehr gefordert als vorher, finde ich. So, ihr da draußen, erstmal zappen Duster für heute. Na, und, äh, ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Äh, am Montag geht's dann wieder weiter, na. Morgen ist Ruhetag. Ich sag erstmal Tschüss. Die Jungs können auch nochmal Tschüss sagen. Ciao. Macht's gut. Und auf Wiedersehen. Bye, bye. Und ein schönes, schönes, verwochenes Ende. Ciao, ciao.